Meine Damen und Herren, guten Morgen und herzlich willkommen zur zweiten Runde der Vorlesung Schuldrecht allgemeiner Teil in dieser Woche. Ich hoffe, Sie können mich alle sehen und hören. Wenn nicht, wie immer, bitte einen kurzen Hinweis im Chat. Wir waren in der letzten Stunde stehen geblieben bei dem sogenannten Schmerzensgeld, Paragraf 253 Absatz 2, ganz allgemein, bei dem Ersatz der Ersatzfähigkeit immaterieller Schäden. Wir sind immer noch im Fall 4. Hier ging es unter anderem um die Schnittwunde, die die Essig bei ihrem Supermarktbesuch am Fuß zugezogen hatte und dafür verlangte sie unter anderem ein sogenanntes Schmerzensgeld. Wir waren hier auf die Regelung des Paragrafen 253 gestoßen. Der sagt zunächst einmal in Absatz 1, dass im Grundsatz nur Vermögensschäden ersatzfähig sind, immaterielle Schäden, nicht Vermögensschäden grundsätzlich nicht. Es sei denn, das Gesetz sieht die Ersatzfähigkeit vor. Da haben wir einige Vorschriften kennengelernt, die eine Ersatzfähigkeit immaterieller Schäden ausdrücklich anordnen. Und die wichtigste Vorschrift ist die allgemeine Regelung des Paragrafen 253 Absatz 2, der bei Verletzungen bestimmter hochrangiger Rechtsgüter, nämlich Leben, Freiheit, Gesundheit und sexuelle Selbstbestimmung, Freiheit nur im Sinne von Fortbewegungsfreiheit, die Ersatzfähigkeit immaterieller Schäden anordnet und hierfür eine billige Entschädigung in Geld gewährt, das sogenannte Schmerzensgeld. Und wir hatten gesprochen über die Bemessungskriterien für die Höhe des Schmerzensgeldes. Da gibt es eine Ausgleichsfunktion, eine Genugtuungsfunktion. Und in diesem Zusammenhang haben wir noch erörtert, begonnen zu erörtern, die Entschädigung in Geld bei Verletzung des sogenannten allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das ist etwas, was Sie nicht im Gesetz geregelt finden. Das ist richterrechtlich entwickelt. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist vom Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung anerkannt. Es wird hergeleitet aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Das ist die allgemeine Handlungsfreiheit in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 der Menschenwürde. Und das Bundesverfassungsgericht leitet hieraus das sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht her. Das umfasst beispielsweise den Schutz der Privatsphäre, erst recht den Schutz der Intimsphäre. Es umfasst den Schutz der persönlichen Ehre. Das Recht am eigenen Bild, also ein recht bunter Strauß. Auch das sogenannte informationelle Selbstbestimmungsrecht, das im Datenschutzrecht eine große Rolle spielt. Das heißt also, die Befugnis selbst darüber zu bestimmen, ob persönliche Daten öffentlich gemacht werden. All das kann man unter das allgemeine Persönlichkeitsrecht fallen. Ich werde gebeten, 15 Minuten früher den Live-Beitrag zu eröffnen. Ja, ich kann natürlich versuchen, das in Zukunft immer ein bisschen früher zu öffnen. Klar, das geht. Muss ich mal schauen, dass ich das dann vielleicht fünf Minuten vorher eröffne. Ja, das kann ich machen. So, dann also allgemeines Persönlichkeitsrecht. Und es hat sich dann auch im Zivilrecht das Bedürfnis herausgestellt, auch wenn wir da keine ausdrückliche gesetzliche Regelung haben, auch in Fällen einer schwerwiegenden Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, einen Anspruch auf eine immaterielle Entschädigung zu gewähren. Der BGH hat das in einer der ersten Entscheidungen, das war der sogenannte Herrenreiterfall aus § 847 BGB hergeleitet. Da ging es darum, dass unbefugt mit der Bildaufnahme eines Reiters Werbung für ein Potenzmittel gemacht wurde. Das gefiel dem auf diesem Foto zu sehenden Herrn nicht. Und er hat dagegen geklagt. Und der Bundesgerichtshof hat ihm damals eine Entschädigung zugesprochen, wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Der BGH hat das damals noch aus § 847 BGB analog hergeleitet. Das war damals die Vorschrift, die ein Schmerzensgeld anordnete. Diese Vorschrift gibt es inzwischen nicht mehr. Sie ist gewissermaßen überführt worden in § 253 Absatz 2. Wir haben also jetzt nicht mehr nur im Deliktsrecht, wie das früher bis 2002 war, sondern ganz allgemein und damit auch im Vertragsrecht diese Regelung des § 253 Absatz 2, dass bei Verletzung der hier genannten Rechtsgüter eine billige Entschädigung Geld zu zahlen ist. Und der BGH hat die Vorgängervorschrift § 847 BGB alte Fassung seinerzeit analog angewendet. Hat diese Analogie aber dann auch mit verfassungsrechtlichen Erwägungen begründet, aber letztendlich diese Entschädigung in Fällen der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auf eine Analogie zu § 847 gestützt. Jetzt wäre das dementsprechend § 253 Absatz 2. In der neueren Rechtsprechung und auch in weiten Teilen der Literatur gibt es dagegen die Tendenz, diesen Anspruch auf Entschädigung in Geld bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz direkt herzuleiten, also direkt aus der Verfassung. Das ist die heute wohl überwiegende Auffassung, die das also unmittelbar aus der Verfassung herleitet. Und das kann man so machen, das ist die überwiegende Auffassung. Allerdings ist das systematisch etwas zweifelhaft, denn die Verfassung, auf die greift man ja tatsächlich nur subsidier zurück, wenn man in den einfachen gesetzlichen Regelungen keine Vorschrift findet. Die hat man aber letztendlich in Gestalt des § 253 Absatz 2. Zwar nicht unmittelbar, das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird nicht erwähnt, aber es werden hier andere hochrangige Rechtsgüter erwähnt und da liegt es doch nah, wie der BGH das auch in der damaligen Entscheidung gemacht hat, diese Vorschrift analog heranzuziehen, bevor man auf die Verfassung zurückgreift. Das erscheint mir systematisch zweifelhaft. In jedem Fall aber in ständiger Rechtsprechung des BGH anerkannt und Voraussetzungen sind allerdings, dass es sich um einen schwerwiegenden Eingriff handeln muss, also nicht bei Bagatell-Eingriffen in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Es muss ein schwerwiegender Eingriff sein, den hat der BGH damals in diesem Herrenreiter-Fall gesehen. Ganz allgemein, Verletzung des Rechts am eigenen Bild, das spielt in der einschlägigen Rechtsprechung des BGH eine große Rolle. Immer wieder haben Prominente auf eine solche Entschädigung geklagt, weil unbefugt Fotos veröffentlicht worden sind. Also das Recht am eigenen Bild, das genießt einen hohen Stellenwert in der Rechtsprechung des BGH als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und eine weitere Voraussetzung ist, dass die Beeinträchtigung nicht in anderer Weise befriedigend ausgeglichen werden kann. In anderer Weise heißt zum Beispiel, durch einen Unterlassungsanspruch, den man in solchen Fällen auch hat, da zieht man den Paragrafen 1004 analog heran. Das werden Sie alles im besonderen Schuldrecht noch im Einzelnen behandeln. Oder ein Beseitigungsanspruch, das heißt also etwa auf Entfernung des Bildes hier in diesem Herrenreiter-Fall aus der Werbung. Es dürfte das Bild also nicht weiterverwendet werden, das ist ja Unterlassung und Beseitigung der bereits veröffentlichten Bilder, Entfernung der bereits veröffentlichten Bilder. Aber in solchen Fällen der Verletzung des rechts am eigenen Bild oder auch der Verletzung der persönlichen Ehre bleibt immer etwas hängen sozusagen. Das Bild ist ja schon einmal von Personen gesehen worden oder die beleidigenden Äußerungen, die öffentlich über eine bestimmte Person getätigt worden sind, die bleiben sozusagen hängen. Die bekommt man also nicht mehr im Wege der Unterlassung oder Beseitigung ganz aus der Welt. Und oftmals reicht eben dieser Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch nicht aus, sodass in solchen Fällen, wenn es sich um schwerwiegende Verletzungen handelt, dann eine Entschädigung in Geld verlangt werden kann. Da ist der BGH erstaunlicherweise recht großzügig. Da werden oftmals fünf, oftmals sogar sechsstellige Beträge gewährt, während beim Schmerzensgeld bei Körperverletzungen der BGH und auch die Instanzgerichte oftmals recht geizig sind. Da wird von manchen sicherlich auch ein Stück weit zu Recht ein Wertungswiderspruch gesehen, wenn bei Körperverletzungen also weniger zugesprochen wird als bei, naja, also jedenfalls keine bleibenden körperlichen Schäden hinterlassenden Eingriffen in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Aber das ist eben die aktuelle Rechtsprechung, die man aber durchaus auch kritisieren kann. Dieser höhere Betrag, diese höhere Ansetzung dieser Entschädigung wird gerechtfertigt über die Präventivfunktion. Man will eben damit letztendlich auch so einen gewissen Strafcharakter dieser Entschädigung verleihen. Es gibt ja keinen echten Punitive Damages, also keinen echten Strafschadensersatz, wie das im US-amerikanischen Recht der Fall ist. Aber man will eben auch eine Abschreckungswirkung erzielen über hohe Entschädigungsbeträge in den Fällen der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und das zieht der BGH eben zur Rechtfertigung dieser Vergleichsweise im Vergleich zum normalen Schmerzensgeld höheren Beträge heran. In der letzten Stunde war noch gefragt worden, das konnte ich nicht mehr beantworten, ob die Höhe der Ausurteilungen in den USA auch zurückzuführen ist auf die höheren medizinischen Behandlungskosten. Damit hängen aber die Punitive Damages nicht zusammen. Die Punitive Damages sind völlig losgelöst von irgendwelchen materiellen Schäden, von tatsächlich angefallenen medizinischen Behandlungskosten. Das ist wirklich ein reiner Strafcharakter und das wird zusätzlich zu materiellen Schäden, zusätzlich zum Schmerzensgeld ausgeurteilt bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen oder schwerwiegenden deliktischen Handlungen. Das hat also eine reine Straffunktion und ist völlig losgelöst von irgendwelchen tatsächlichen Kosten, das ist noch als Beantwortung der Frage aus der letzten Stunde. Bevor ich es vergesse, ganz kurz noch ein organisatorischer Hinweis. Das fiel mir jetzt gerade ein, das wollte ich gestern eigentlich schon mitteilen. Ich habe Ihnen sowohl in der Playlist als auch in OLAT eingestellt einen Link zu einem Vorstellungsvideo der studentischen Vereinigung Conright. Darauf nochmal ein Hinweis, das können Sie sich dann einmal anschauen. Und des Weiteren hatte ich auch in OLAT eingestellt die Ausschreibung zum Elsa Mood Court, an dem immer doch viele Studierende aus den ersten Semestern teilnehmen. Das ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, das ist eine Schlüsselqualifikation. Jedenfalls kann das also als Studienleistung, die Sie dann auch für die Examenzulassung brauchen, angerechnet werden. Da habe ich Ihnen ein Dokument in OLAT eingestellt. Darauf will ich nochmal an dieser Stelle kurz hinweisen, damit ich das nicht wieder vergesse. Gestern habe ich es vergessen. So, das also zu einem weiteren Fall des Ersatzes immaterieller Schäden. Diese richterrechtliche Entschädigung bei Verletzungen des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und jetzt kommen wir aber zurück zu Fall 4. Wir waren ja hier bei dem Schmerzensgeld stehen geblieben, das die S für diese Verletzung am Fuß verlangt hat. Haben gesagt, 500 Euro, das war der Betrag, den sie verlangte, ist durchaus angemessen. So, dass wir jetzt zusammenstellen können, was ist hier an ersatzfähigen Schäden vorhanden. Da hatten wir zunächst einmal die Flipflops, den Wiederbeschaffungswert der Flipflops, 50 Euro. Das ist also ein materieller Schaden. Ebenfalls ein materieller Schaden, die Arztkosten, die ärztlichen Behandlungskosten, 300 Euro. Ja, da spielte eine Rolle, ich hatte das in der letzten Stunde erläutert, dass die S privat krankenversichert ist, diese Kosten also selbst getragen hat. Und dann schließe ich das Schmerzensgeld, immaterieller Schaden in Höhe von 500 Euro, sodass wir auf einen ersatzfähigen Schaden von 850 Euro hier kommen. Ja, das also als Zwischenergebnis, denn wir müssen uns jetzt noch über eine weitere Frage Gedanken machen. Die S ist durch den Supermarkt gelaufen, hatte nur leichtes Schuhwerk an und lief dann in diese Scherben hinein. Und ja, diese Scherben sind ja durchaus, es war immer im Ladenglas, man kann also davon ausgehen, dass diese Scherben durchaus sichtbar waren. Jedenfalls durch die Marmelade, die ja im Zweifel rot war, jedenfalls eine deutlich erkennbare Farbe hatte. Und man könnte hier daran denken, dass ja die S möglicherweise auch ein Stück weit selbst zu diesem Schaden beigetragen hat, sie also diesen Schaden mitverschuldet hat. Und das ist tatsächlich eine Vorschrift, die wir hier uns noch näher anschauen müssen. Das ist § 254 BGB. Sie erinnern sich, ich hatte den § 254 schon einmal bei den Obliegenheiten erwähnt. Und wir schauen uns diesen § 254 noch einmal zusammen an. § 254 sagt, hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist. Das heißt also, wenn der Geschädigte den Schaden selbst schuldhaft mitverursacht hat, dann muss er sich im Ergebnis seinen Schadenersatzanspruch kürzen lassen, und zwar um seinen Mitverursachungsanteil. Er kann also dann nicht den vollen Schadenersatz verlangen. Und es handelt sich hier um eine Obliegenheit. In dem Zusammenhang hatten wir das besprochen. Es ist eine Schadensabwendungsobliegenheit. Und im Absatz 2 werden dann noch besondere Ausprägungen dieser allgemeinen Schadensabwendungsobliegenheit explizit genannt. § 254 Absatz 2 sagt, dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er es unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder dass er es unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. Dieser letzte Halbsatz ist für uns interessanter. Das andere ist nur ein Spezialfall letztendlich. Eine besondere Ausprägung dieser allgemeinen Schadensabwendungs- und Schadensminderungsobliegenheit. Das heißt also, wir haben es hier nicht mit einer Rechtspflicht zu tun, denn wer gegen diese Schadensabwendung, Schadensminderungsobliegenheit verstößt, der macht sich dadurch nicht Schadenersatzpflichtig. Es besteht auch kein Erfüllungsanspruch, sondern er hat andere Rechtsnachteile zu gewärtigen, und zwar in der Weise, dass er sich seinen Ersatzanspruch kürzen lassen muss, eine Obliegenheit. Also wir haben in § 254 die allgemeine Schadensvermeidungs- oder Schadensabwendungsobliegenheit und Schadensminderungsobliegenheit. Die Schadensvermeidungsobliegenheit, die ist präventiv. Man muss also ständig darauf achten. Man hat diese Obliegenheit darauf zu achten, dass man nicht zu Schaden kommt und muss zum Beispiel auch im Supermarkt darauf achten, ob auf dem Boden irgendwelche gefährlichen Gegenstände wie zum Beispiel Scherben oder ein Salatblatt herumliegen. Und Schadensminderungsobliegenheit. Wenn der Schaden dann eingetreten ist, dann muss man das Zumutbare und das Erforderliche tun, um diesen Schaden möglichst gering zu halten. Zum Beispiel, wenn man eben eine Schnittwunde am Fuß erlitten hat, dann muss man sich damit, wenn man merkt, das heilt also nicht so ohne weiteres von selbst. Muss man sich zum Arzt begeben, die Wunde nähen lassen und im Übrigen ärztlich behandeln lassen oder erst recht bei einem Knochenbruch. Das heißt also, man kann dann nicht nach Hause gehen und darauf hoffen, das wird alles schon von selbst heilen, wenn es eine schwerwiegendere Verletzung ist, sondern man muss eben dafür sorgen, dass der Schaden möglichst gering bleibt und es nicht etwa zu weiteren Entzündungen und ähnlichen Weiterungen kommt. Das ist also die Schadensminderungsobliegenheit. Und die Voraussetzung, die Rechtsfolge ist, wie gesagt, dass man sich den Ersatzanspruch dann im Umfang seines Mitverschuldens kürzen lassen muss. Man kann nicht den vollen Schaden ersetzt verlangen. Das ist der Rechtsnachteil, den man durch die Verletzung dieser Obliegenheit erleidet. Und was sind die Voraussetzungen, damit diese Rechtsfolge eintritt, damit also diese Kürzung des Ersatzanspruchs eintritt? Zunächst einmal, es muss eben eine solche Schadensvermeidung, Schadensminderungsobliegenheit verletzt worden sein. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, wie verhält sich ein sorgfältiger Mensch in einer solchen Situation, um Schaden von sich abzuwenden oder, wenn der Schaden eingetreten ist, diesen Schaden möglichst gering zu halten. Das heißt, hier stellt sich wieder die Frage nach den Sorgfaltsanforderungen, Anforderungen, die man gegenüber sich selbst gewissermaßen hat. Dann muss diese Obliegenheitsverletzung ursächlich geworden sein für die Entstehung des Schadens mitursächlich. Mitursächlichkeit reicht aus, denn wir haben ja schon eine Ursächlichkeit des Verhaltens des Schädigers. Und jetzt stellt sich die Frage, hat dazu adäquat, kausal auch das eigene Fehlverhalten, die eigene Obliegenheitsverletzung des Geschädigten beigetragen? Und bei der Mitverursachung würden Sie, jedenfalls dann, wenn sich da Probleme aus dem Sachverhalt ergeben, würden Sie auch wieder diese drei Stufen prüfen. Zunächst einmal die natürliche Ursächlichkeit, das heißt also die Konditiosine qua non. Dann würden Sie weiter prüfen die Adäquanz, das heißt also, der Eintritt eines solchen Schadens darf nicht außerhalb des nach allgemeiner Lebenserfahrung voraussehbaren liegen als Folge einer solchen Obliegenheitsverletzung und schließlich den Schutzzweckzusammenhang, auch das muss geprüft werden, liegt also der eingetretene Schaden sozusagen innerhalb des Schutzzwecks der Verhaltenspflicht hier, also dieser Obliegenheit. Das wären also auch hier die Stufen, die Sie, wenn der Sachverhalt dazu Anlass gibt, wenn Sie sehen, da ist ein Problem, insbesondere bei mittelbarer Kausalität, das müssten Sie dann hier prüfen. Aber wie gesagt, nur wenn der Sachverhalt dazu Anlass gibt. Und schließlich bedarf es eines Verschuldens. Dieses Verschulden bezieht sich normalerweise nur auf Pflichtverletzungen. Hier muss das Verschulden dann eben bezogen werden auf eine Obliegenheitsverletzung und auch hier gilt Vorsatz oder Fahrlässigkeit und zwar im Grundsatz jede Fahrlässigkeit kann zu einer Anspruchskürzung führen. Und je schwerwiegender das Verschulden, desto höher natürlich die Mitverursachungsquote und desto höher natürlich die Kürzung des Anspruchs. Ausnahmsweise kann auch im Rahmen des Mitverschuldens ein Umstand zu berücksichtigen sein, der vom Geschädigten nicht verschuldet ist, also wo wir weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit haben, dass in jenen Fällen, in denen das Gesetz eine verschuldensunabhängige Haftung für bestimmte Gefahren anordnen und der in der Praxis wichtigste Fall ist die sogenannte Betriebsgefahr eines Kraftfahrzeugs. Wenn wir also ein Unfallgeschehen, ein schädigendes Ereignis haben, an dem beteiligt war ein eigenes Kfz des Geschädigten, dann muss der Geschädigte sich nach der Wertung des Paragraphen 7 StVG, den hatten wir mal kennengelernt, der ordnet ja an, eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung für Schäden, die durch ein Kraftfahrzeug entstehen und der wird auch im Rahmen des Paragraphen 7, Verzeihung, im Rahmen des Paragraphen 254 berücksichtigt. Das heißt also, da wird die Betriebsgefahr des Fahrzeugs ohne Rücksicht auf Verschulden mit einbezogen. Hier ist die Frage, für wen zählt die Verletzung einer Obliegenheit? Also für den, also ich verstehe ehrlich gesagt die Frage jetzt nicht ganz. Also die Obliegenheitsverletzung muss sich der Geschädigte entgegenhalten lassen und sie wirkt dementsprechend zugunsten des Schädigers. Der Schädiger kann sich also auf diese Obliegenheitsverletzung berufen, mit der Folge, dass er weniger Schadenersatz leisten muss und in dem Sinne wirkt sie zugunsten des Schädigers und zu Ungunsten des Geschädigten. Ja, wenn das die Frage war. Vielleicht war aber auch gemeint, wie ist das, wenn dritte Personen beteiligt sind? Darauf will ich jetzt auch gleich noch eingehen. Wie ist das, wenn nicht der Geschädigte selbst, sondern ein Dritter zu der Entstehung des Schadens beigetragen hat? Da haben wir die Regelung des Paragrafen 254 Absatz 2 Satz 2 und der sagt, die Vorschrift des Paragrafen 278 findet entsprechende Anwendung. Das heißt also, wir kommen hier zu einer Zurechnung über Paragraf 278. Das heißt, im Ergebnis muss sich also der Geschädigte auch ein Verhalten, ein Fehlverhalten seiner Erfüllungsgehilfe zurechnen lassen. Da gibt es aber zunächst einmal, es besteht Einigkeit, dass die Platzierung dieser Vorschrift im Satz 2 des Absatzes 2 verfehlt ist, denn diese entsprechende Anwendung des 278 bezieht sich nicht nur auf die besonderen Fälle, die in Absatz 2 Satz 1 geregelt sind. Das könnte man ja aufgrund der systematischen Stellung annehmen, sondern es ist so, dass auch die allgemeine Schadensabwendungsobliegenheit, auf die Absatz 1 sich bezieht, erfasst wird. Das heißt, auch im Rahmen des Absatzes 1 kommt 278 zur entsprechenden Anwendung. Das heißt also, anders gesagt, ist der Absatz 2 Satz 2 wie in Absatz 3 zu lesen, systematisch. Das heißt also, er bezieht sich sowohl auf die Fälle des Absatzes 1 als auch auf die Fälle des Absatzes 2 Satz 1. Also, gilt für alle Fälle des 254. So, dann besteht aber Uneinigkeit, ob wir es hier mit einem Rechtsgrund oder mit einem Rechtsfolgenverweis haben. Was ist der Unterschied? Also, es gibt die herrschende Meinung, der auch der BGH folgt, die sagen, diese Regelung des 254 Absatz 2 Satz 2 mit dem Verweis auf den 278 ist ein Rechtsgrundverweis und bei einem Rechtsgrundverweis ist es immer so, dass auch die Voraussetzungen der Vorschrift, auf die verwiesen wird, erfüllt sein müssen. Das heißt also, es wird nicht lediglich auf die Rechtsfolgen, das wäre ein Rechtsfolgenverweis dieser Vorschrift verwiesen, das wäre Zurechnung, sondern es wird auch auf die Voraussetzungen verwiesen. Die Voraussetzungen müssen erfüllt sein und insbesondere, so der BGH und die herrschende Meinung, greift diese Regelung des 254 Absatz 2 Satz 2 nur ein, wenn im Zeitpunkt des Handelns des Dritten schon ein Schuldverhältnis bestanden hat. Das heißt also, außerhalb eines bestehenden Schuldverhältnisses kann auch über den 254 Absatz 2 Satz 2 der 278 nicht zur Anwendung kommen. In unserem Fall, wenn wir hier theoretisch eben einen Erfüllungsgehilfen, der S gehabt hätten, der an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat, da hätten wir schon ein Schuldverhältnis in Gestalt des vorvertraglichen Schuldverhältnisses. Da kämen wir also auch mit dieser Ansicht, mit dieser strengeren Ansicht zu einer Zurechnung. Die Gegenansicht versteht den 254 Absatz 2 Satz 2 dagegen als Rechtsfolgenverweis. Das heißt, diese Auffassung sagt, es wird nur auf die Rechtsfolge des 278 verwiesen, Zurechnung, wenn wir einen Erfüllungsgehilfen haben, und es bedarf nicht der Voraussetzung, dass schon ein Schuldverhältnis bestanden haben muss. Diese Auffassung kommt also zu dem Ergebnis, dass selbst dann das Verhalten eines Dritten, der als Erfüllungsgehilfe zu qualifizieren ist, zugerechnet werden muss im Rahmen des Mitverschuldens, wenn noch kein Schuldverhältnis bestanden hat, wenn wir es also mit einem rein deliktischen Vorgang zu tun haben. Das sind also die unterschiedlichen Ansichten, die hier vertreten werden. In den Fällen, in denen noch kein Schuldverhältnis bestanden hat, nimmt die herrschende Meinung eine Zurechnung entsprechend 831 vor, den Sie schon kennengelernt haben. Das ist eigentlich keine Zurechnungsvorschrift. Das wird aber bei deliktischen Sachverhalten von der überwiegenden Auffassung herangezogen. Der Nachteil beim 831 ist allerdings, hier gibt es die Entlastungsmöglichkeit, auch im Rahmen der entsprechenden Anwendung. Das heißt also, hier könnte sich dann der Geschädigte entlasten durch den Nachweis der sorgfältigen Auswahl oder Überwachung des Erfüllungsgehilfen. Bei 278 gibt es diesen Nachweis, diese Exkulpationsmöglichkeit, wie Sie wissen, nicht. Das sind die beiden Auffassungen, die zu dieser Vorschrift vertreten werden. Das aber nur als Exkurs. In unserem Fall hat ja die S selbst gehandelt und ist nicht ein Dritter für Sie aufgetreten. Diese Vorschrift sollten Sie aber erkennen. Und insbesondere auch diesen Meinungsstreit, der zu der Vorschrift besteht, Rechtsgrund- oder Rechtsfolgenverweis. Zurück zu unserem Fall 4. Wenn wir uns das Verhalten der S anschauen, ich hatte das schon angedeutet, sie läuft mit leichtem Schuhweg durch den Supermarkt und diese Scherben sind über den Boden verstreut. Das heißt also, sie sind doch recht deutlich sichtbar. Davon können wir ausgehen, nicht etwa versteckt. Und deswegen wird man wohl sagen müssen, dass sie hier eine Schadensminderungsobliegenheit verletzt hat. Die war hier gesteigert, weil sie leichtes Schuhwerk anhatte und da ist die Gefahr von Verletzungen besonders groß. Sie musste also in verstärktem Maße auf den Boden achten. Dieses sorgfaltswidrige Verhalten gegenüber sich selbst, das war auch mitursächlich für die Entstehung des Schadens. Und wir haben auch ein Verschulden jedenfalls in Gestalt von Fahrlässigkeit, sodass hier tatsächlich die Voraussetzungen für ein Mitverschulden erfüllt sind. Und die Rechtsfolge ist eine Schadensteilung. Der Schaden wird dann zwischen Schädiger und Geschädigtem nach Verursachungsquoten aufgeteilt. Das sagt der 254 Absatz 1. So hängt die Verpflichtung zum Ersatz von den Umständen insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder von dem anderen Teil verursacht worden ist. Man muss sich also die Verursachungsanteile anschauen. Das muss man dann in jedem Einzelfall nach den gesamten Umständen des konkreten Falles machen. Der Richter muss das dann bewerten und entscheiden nach den gesamten Umständen des jeweiligen Falles. Und dann findet eben eine Schadensteilung nach Verursachungsquoten statt. Das heißt also, in Höhe der eigenen Verursachungsquote muss sich der Geschädigte seinen Schadenersatzanspruch kürzen lassen, bekommt also nur einen geringeren Teil des Schadens ersetzt. Eine Ausnahme von dieser Aufteilung des Schadens gibt es dann, wenn wir ein starkes Überwiegen des Verursachungsanteils entweder des Schädigers oder des Geschädigten haben. Wenn wir ein starkes Überwiegen des Verursachungsanteils des Schädigers haben, dann haftet trotz eines geringfügigen Mitverursachungsanteils des Geschädigten der Schädiger gleichwohl in voller Höhe. Und das Gleiche gilt dann umgekehrt. Wenn wir ein so starkes Mitverschulden, ein so überwiegendes Mitverschulden des Geschädigten haben, dass dahinter das Verschulden des Schädigers zurücktritt, dann kann es tatsächlich sein, dass der Schaden auf null gekürzt wird. Also da eine Ausnahme, wenn wir ein starkes Überwiegen haben. Und das hat man regelmäßig bei Vorsatz. Das kommt überwiegend nur bei vorsätzlichen Verhalten des Schädigers vor. Wenn also der Schädiger vorsätzlich den Schaden herbeigeführt hat, dann kann es tatsächlich sein und ist in der Regel dann auch so, dass der eigene Verursachungsanteil, der nur fahrlässige Verursachungsanteil des Geschädigten gewissermaßen ausgeblendet wird und trotz dieses geringfügigen Mitverursachungsanteils der Geschädigte den vollen Schaden ersetzt verlangen kann. Im Grundsatz aber eine Aufteilung und wir haben hier auf beiden Seiten Fahrlässigkeit. Auch das Verhalten der S, das ist schon eine gesteigerte, vielleicht keine grobe, aber doch eine gesteigerte Fahrlässigkeit, gerade wegen des leichten Schuhwerks. Und hier erscheint es dementsprechend durchaus vertretbar, dass man schlicht und einfach eine hälftige Aufteilung vornimmt. Das heißt also, die S hat einen 50-prozentigen Mitverursachungsanteil und muss dementsprechend sich 50 Prozent des Schadensbetrages abziehen lassen. Sie kann also im Ergebnis nur die Hälfte der 850 Euro, das bedeutet 425 Euro, verlangen. Das wäre also eine Aufteilung, die man hier gut vertreten kann. Das bedeutet im Ergebnis, die S kann von G zwar nach vertraglichen Grundsätzen Schadenersatz verlangen, aber eben nicht in Höhe des vollen Schadens, nicht in Höhe der vollen 850 Euro, sondern nur nach Abzug ihres Mitverursachungsanteils in Höhe von 425 Euro. Sie hat aber eben sämtliche Vorteile der Haftung nach vertraglichen Grundsätzen, weil wir schon in diesem vorvertraglichen Stadium diese Haftung aus dem vorvertraglichen Schuldverhältnis nach vertraglichen Grundsätzen aus CIC also haben. Sie würden also hier der Vollständigkeit habe, dann auch nochmal CIC hinschreiben und dann diese Paragrafenkette, dieser Anspruch besteht also. So, wir hatten ganz zu Beginn der Falllösung schon gesehen, dass es hier auch deliktische Anspruchsgrundlagen wieder gibt und die wollen wir uns ebenfalls noch anschauen. Zum einen kommt hier in Betracht Paragraf 823 Absatz 1 BGB, der setzt immer ein eigenes Verhalten des G voraus, das zu einer Rechts- oder Rechtsgutsverletzung geführt hat. Das schauen wir uns einmal an. Das ist ein gesetzlicher Anspruch dann, gesetzliche Haftung mit all ihren Nachteilen. Die haben wir schon gegenübergestellt in der letzten Stunde noch einmal und wir brauchen hierfür eine Rechts- oder Rechtsgutsverletzung. Unproblematisch, die haben wir hier in Gestalt der Körperverletzung am Fuß und der Eigentumsverletzung an dem Schuhwerk. Das ist also völlig unproblematisch. Reine Vermögensschäden sind nicht ersatzfähig über deliktische Ansprüche, jedenfalls nicht über 823 Absatz 1, aber eben die Verletzung der hier genannten Rechte und Rechtsgüter. So, jetzt aber die Frage, ist diese Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung adäquat kausal zurückzuführen auf ein eigenes Verhalten des G? Nochmal, im Rahmen des 823 können wir keine Zurechnung über 278 vornehmen. 278 findet innerhalb des 823 keine Anwendung, weil wir hier die Spezialvorschrift des 831 haben. Abgesehen davon setzt 278 ja ein schon bestehendes Schuldverhältnis voraus, das wir in den Fällen der reinen deliktischen Haftung gerade nicht haben. Hier also die Frage, eigenes Verhalten des G, das adäquat kausal für die Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung war, die haftungsbegründende Kausalität. Wir haben hier jedenfalls kein aktives Tun des G, das ist ganz klar. Der G hat diese Scherben dort nicht verstreut. Und möglicherweise haben wir aber ein pflichtwidriges Unterlassen. Das kann ich hier nur in groben Zügen machen. Das werden Sie dann im besonderen Schuldrecht noch ausführlich machen. Hier kommt in Betracht die Verletzung einer sogenannten Verkehrssicherungspflicht. Es gibt die allgemeine Verpflichtung desjenigen, der eine Gefahrenquelle schafft oder andauern lässt, diese Gefahrenquelle abzusichern, damit eben andere aus dieser Gefahrenquelle nicht zu Schaden kommen. Und das gilt im besonderen Maße, wenn man Räumlichkeiten, deren Betreten mit gewissen Gefahren verbunden ist, für bestimmte Personen oder sogar für die Allgemeinheit öffnet. Dann hat man eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Man muss also diese Räumlichkeiten so organisieren, dass möglichst kein Schaden daraus hervorgeht. Und das beinhaltet für einen Supermarktinhaber, dass er ständig kontrolliert oder kontrollieren lässt durch entsprechende Arbeitspläne, durch entsprechende Delegation, dass Scherben nicht übermäßig lange auf dem Boden herumliegen. Und man könnte hier durchaus vertreten, dass eine solche Organisationspflicht verletzt worden ist. Und dann hätten wir ein pflichtwidriges Unterlassen, das adäquat kausal war für die Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung. Und das kann man hier gut vertreten. Aufgrund der Länge der Zeit, während derer die Scherben auf dem Boden herumlagen, kann man durchaus sagen, das war ein Organisationsversäumnis, dass der Arbeitsplan nicht so gestaltet war, dass sofort das Ganze durch einen zuständigen Mitarbeiter beseitigt wurde. So, jetzt gibt es hier einige Fragen, die will ich kurz beantworten. Die herrschende Meinung ist nicht immer die Meinung der Rechtsprechung des BGH. Ja, also man pflegt üblicherweise doch zu sagen, wenn eine Auffassung auch vom BGH vertreten wird, dann ist das üblicherweise die herrschende Meinung. Eine andere Konstellation kann bestehen, wenn die überwiegende Literatur dem BGH nicht folgt. Man hat ja in den meisten Fällen Teile der Literatur des Schriftturms, die folgen dem BGH. Dann wäre das in der Tat die herrschende Meinung, die der BGH vertritt. BGH plus Teile Literatur, das ist, kann man sagen, ist immer herrschende Meinung. Wenn dagegen die ganz überwiegende Literatur dem BGH nicht folgt, eine andere Auffassung vertritt, dann spricht man üblicherweise von herrschender Lehre. Ja, dann ist also die Literaturmeinung, die herrschende Literaturmeinung anders als die BGH-Meinung. Dann kann man allerdings nicht sagen, die Literaturmeinung ist herrschende Meinung. Der BGH ist ja schon, jedenfalls für die Rechtspraxis, die wichtigste Instanz. Deswegen pflegt man dann zu sagen, herrschende Lehre. Wenn aber Sie die Konstellation haben, der BGH und Teile der Literatur, nicht geringfügige Teile der Literatur, vertreten eine Auffassung, dann bezeichnet man das üblicherweise als die herrschende Meinung. Die zweite Frage. Muss in der Prüfung die Minderung jeweils ausgerechnet werden? Oder bekommt man Hinweise, wie viel Prozent man den Schaden mindert? Das ist eine gute Frage. Also in den meisten Klausuren wird nicht von Ihnen verlangt, dass Sie das genau quotieren. Allenfalls wird von Ihnen verlangt, dass Sie das so ungefähr einschätzen, wie wir das in unserem Fall gemacht haben. 50 Prozent. Und wenn der Aufgabensteller will, dass Sie da eine bestimmte Quote festlegen, dann wird er das üblicherweise zum Ausdruck bringen. Dann steht beispielsweise in der Frage, es ist davon auszugehen, dass der Geschädigte zu einem Drittel zu dem Schaden beigetragen hat. Üblicherweise würden Sie da in der Klausur schon Hinweise bekommen, wenn von Ihnen erwartet wird, dass Sie da eine bestimmte Quote angeben. Aber wenn Sie einen Fall haben, wo wir kein eindeutiges Überwiegen des einen oder anderen Teils haben bei der Verursachung des Schadens, dann fährt man eigentlich immer ganz gut damit, dass man 50 Prozent ansetzt und dann herrschende Meinung ist herrschende Lehre und Rechtsprechung. Ja, das kann man durchaus sehen. Also das ist nicht fest definiert. Der Begriff herrschende Meinung ist nicht fest definiert. Das kann man oftmals auch gar nicht so wirklich feststellen. Ich meine aber, dass man nicht unbedingt, meines Erachtens nach meinem Verständnis dieses Begriffs, man braucht nicht unbedingt BGH plus herrschende Lehre. Damit man eine herrschende Meinung hat, sondern es reicht meines Erachtens aus, so habe ich den Begriff immer verstanden, BGH plus Teile der Lehre. Ja, aber das ist, wie gesagt, Ansichtssache. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, was ist die herrschende, was ist die Mindermeinung, sagt man ja nicht so gern, das gilt als etwas abwertend, dann schreiben Sie einfach erste Auffassung, zweite Auffassung, damit machen Sie nichts falsch. Oder Auffassung der Rechtsprechung, Auffassung der Literatur, damit macht man nichts falsch. Also wenn Sie diesen Begriff herrschende Meinung vermeiden, das ist oftmals sogar zu empfehlen, wenn man in manchen Fällen, insbesondere in den Fällen, denen der BGH noch nicht entschieden hat, da weiß man gar nicht, was ist die herrschende Meinung, was ist die Mindermeinung. Dann schreibt man einfach erste Ansicht, zweite Ansicht, damit ist man auf der sicheren Seite. So, das zu den Fragen. Und wenn wir hier, das ist gut vertretbar, sagen, wir haben ein Organisationsversäumnis, dann wäre hier durch ein pflichtwidriges Unterlassen, adäquat, kausal, durch ein Verhalten des G selbst, das ist wichtig, durch ein Organisationsversäumnis des G selbst, diese Rechtsgutsverletzung verursacht worden, mit der Konsequenz, dass wir tatsächlich hier ein eigenes Fehlverhalten des G hätten. Und das wäre dann auch rechtswidrig, kein Rechtfertigungsgrund ersichtlich, das kann man schnell abhaken. Und wir hätten dann auch ein Verschulden in Gestalt von Fahrlässigkeit, wenn wir sagen, hier ist nicht ordnungsgemäß organisiert worden, die Arbeitspläne waren nicht so beschaffen, dass sichergestellt war, dass zeitnah Scherben von Mitarbeitern beseitigt werden, dann hätten wir auch einen Sorgfaltsverstoß und dementsprechend auch Fahrlässigkeit. Das würde auch hier auf der Rechtsfolgenseite zum Schadensatz führen und da gilt wieder genau das Gleiche wie bei der vertraglichen Schadensatzhaftung. Wir haben also nur im haftungsbegründenden Tatbestand Unterschiede, beim haftungsausfüllenden Tatbestand ist alles gleichlaufend. Das heißt, wir haben hier als materielle Schäden zum einen die Flipflops 50 Euro plus, ärztliche Behandlungskosten 300 Euro. Wir haben auch hier den immateriellen Schaden 253.2 gilt nicht nur für vertragliche Haftung, sondern auch für deliktische Haftung. Auch hier also 500 Euro Schmerzensgeld. Und auch hier gilt der 254. Das heißt, dieser Anspruch muss auch hier um 50 Prozent gekürzt werden. Das also völlig gleichlaufend, sodass wir wieder nach zwei Anspruchsgrundlagen, hier sowohl nach Vertragsrecht 280, Kulpern Contrahendo, als auch nach Deliktsrecht 823.1 einen Anspruch haben, jeweils in Höhe von 425 Euro. Und auch hier gilt, natürlich kann der Schaden nur einmal verlangt werden, nur eben dann aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen. Und im Zweifel wird die S. sich hier auf Kulpern Contrahendo berufen. Das ist viel günstiger. Sie muss hier das Verschulden nicht nachweisen. Hier muss sie das. Hier muss sie obendrein noch dieses Organisationsversäumnis nachweisen. Das ist also deutlich schwerer nachzuweisen. Sie wird sich also dementsprechend auf den für sie deutlich günstigeren 280, die Kulpern Contrahendo, berufen. Dann hat hier noch ein Dritter mitgewirkt, nämlich der Angestellte L des Supermarktinhabers G. Das heißt, wir kommen hier möglicherweise noch zusätzlich, als zusätzliche Anspruchsgrundlage, zu einem Anspruch aus 831, den Sie schon kennengelernt haben, die Haftung für Verrichtungsgehilfen. Das kann also eine zusätzliche Anspruchsgrundlage sein, die hier dementsprechend auch zu prüfen wäre. Hier wird auch wieder angeknüpft an ein eigenes Fehlverhalten des G. Das besteht aber hier nicht in diesem allgemeinen Organisationsversäumnis, sondern darin, dass er eine dritte Person nicht ordnungsgemäß ausgewählt und oder überwacht hat. Das wäre das Verhalten, das hier haftungsauslösend ist. Dazu müsste der L-Verrichtungsgehilfe sein. Das heißt also, er müsste mit Wissen und Willen des Geschäftsherrn G im Rahmen von dessen Aufgabenkreis tätig geworden sein und weisungsabhängig sein. Das muss hier noch dazu kommen. Diese Weisungsabhängigkeit ist bei dem L als Angestellten gegeben. Das heißt, er ist ohne weiteres Verrichtungsgehilfe. Dann brauchen wir weiter eine widerrechtliche Handlung des Verrichtungsgehilfen. Das heißt also, eine von ihm begangene Rechtsgutsverletzung oder Rechtsverletzung im Sinne des 823.1, die rechtswidrig sein muss, haben wir ebenfalls. Der L hat die Scherben liegen lassen und damit adäquat, kausal diese Eigentums- und Gesundheitsverletzungen herbeigeführt. Das war auch rechtswidrig. Verschulden des Verrichtungsgehilfen selbst nicht erforderlich. Das brauchen wir also nicht. Es wird für eigenes verschuldenes Geschäftsherrn gehandelt. Das geschah in Ausführung der Verrichtung. Das Wegräumen von solchen gefährlichen Gegenständen, das Saubermachen des Supermarkts, gehörte ganz klar zu den übertragenen Aufgaben, innerer Zusammenhang gegeben. Und dann die Frage, kann sich der G exkulpieren? Kann er den Nachweis führen, dass er den L ordnungsgemäß ausgewählt und beaufsichtigt hat? Hier wird also angeknüpft an ein eigenes Auswahl- oder Überwachungsverschulden. Und hier sagt der Sachverhalt, der L war immer sehr zuverlässig, weil dem S als zuverlässig bekannt ist. Also sorgfältig ausgewählt worden für eine besondere Beaufsichtigung. Überwachung bestand aufgrund der Zuverlässigkeit des L keine Veranlassung. Das war also ein einmaliges Fehlverhalten, ein einmaliger Ausrutscher. Und deswegen wird dem G die Exkulpation gelingen, sodass aus 8.31 nicht gehaftet wird. Hier wird wieder deutlich die Schwäche der deliktischen Haftung, dass wir hier eben diese Exkulpationsmöglichkeit haben. Es kommt aber, wie gesagt, in Betracht, wenn man das als Organisationsversäumnis ansieht, dann kommt eine Eigenhaftung eben aus 8.23.1 in Betracht. 8.31 dagegen scheidet hier wohl wegen Exkulpation aus. Und dementsprechend steht hier wieder im Mittelpunkt diese Haftung nach vertraglichen Grundsätzen 280, weil auch diese Haftung nach 8.23.1 mit dem Organisationsverschulden etwas unsicher ist. So, soweit also zum Fall 4. Und wir wollen jetzt noch im Nachgang zu dem, was wir bis jetzt zu der Ersatzfähigkeit von immateriellen Schäden besprochen haben, im Rahmen des Falles 4, noch eine Sonderkonstellation besprechen, die auch ja so im Grenzbereich zwischen materiellen und immateriellen Schäden liegt. Das ist die Ersatzfähigkeit von sogenannten Gebrauchsvorteilen. Hier geht es also um die Konstellation, dass eine bestimmte Sache, die man in Gebrauch hat, das kann zum Beispiel der selbstgenutzte PKW sein, das kann aber auch eine andere Sache im Motorrad sein, das kann eine Wohnung sein, dass also eine von dem Geschädigten üblicherweise gebrauchte Sache für eine Zeit lang infolge von Beschädigung oder auch infolge von Zerstörung, wenn eine Ersatzbeschaffung nötig ist und die etwas Zeit braucht, nicht genutzt werden kann. Also hier geht es um entgangene Nutzungs-, entgangene Gebrauchsvorteile und da stellt sich die Frage, sind diese Gebrauchsvorteile als solche ersatzfähig? Bei erwerbswirtschaftlich genutzten Sachen, zum Beispiel einem erwerbswirtschaftlich genutzten Fahrzeug, ein Fahrzeug, das als Taxi genutzt wird oder auch Maschinen, die für erwerbswirtschaftliche Zwecke etwa zur Produktion in einem Betrieb genutzt werden, da stellt sich diese Frage üblicherweise nicht, denn wenn Sachen erwerbswirtschaftlich genutzt werden, zur Gewinnerzielung genutzt werden, dann kann man in der Regel den entgangenen Gewinn beziffern. § 252, diese Vorschrift haben Sie schon kennengelernt, § 252 sagt, der zersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen Gewinn. Als entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen mit Wahrscheinlichkeit, erwartet werden konnte. Wir nehmen mal das Beispiel eines Taxi-Unternehmers. Eines der Taxis wird durch fremdes Verschulden bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Dadurch muss das Taxi drei oder vier Tage in einer Werkstatt repariert werden. In diesen drei oder vier Tagen kann das Taxi nicht genutzt werden und können dementsprechend auch keine Fahrten durchgeführt werden. Es können keine Einnahmen mit dem Taxi erzielt werden und die entgangenen Einnahmen, die muss man dann beziffern, die können dann hier als Schaden, als entgangener Gewinn nach § 252 BGB ersetzt verlangt werden. Also bei erwerbswirtschaftlich genutzten Sachen kommen wir in der Regel über § 252 zu einem Ersatzanspruch in Höhe des entgangenen Gewinns. Den muss man beziffern. Wenn einem das aber gelingt, dann kann man in dieser Höhe Schadenersatz verlangen. Wie ist das dagegen bei privat genutzten Sachen? Bei privat genutzten Sachen nutzt man diese Sachen ja nicht, um damit Gewinn zu erzielen, sondern nur um diese Gebrauchsvorteile für private Zwecke zu haben. Und hier kann man nicht auf irgendeinen entgangenen Gewinn zurückgreifen zur Schadensbemessung. Da stellt sich die Frage, ist der entgangene Gebrauchsvorteil als solcher? Wir nehmen noch mal das Beispiel eines Kraftfahrzeugs. Es wird ein privat genutztes Kraftfahrzeug beschädigt. Das steht jetzt zur Reparatur. Drei, vier Tage in der Werkstatt kann während dieser Zeit nicht genutzt werden. Jetzt stellt sich die Frage, kann in Höhe dieser entgangenen Nutzungen, dieser entgangenen Gebrauchsvorteile, Schadenersatz verlangt werden? Und das ist in der Tat etwas, was im Grenzbereich zwischen materiellen und immateriellen Schäden liegt. Es ist eigentlich im Vermögen kein konkret messbarer Schaden, keine konkret messbare Einbuße eingetreten. Es sind nur diese Gebrauchsvorteile entgangen. Aber diese Gebrauchsvorteile haben durchaus einen gewissen Wert. Denn diese Gebrauchsvorteile, wenn man auf die betreffende Sache, das Fahrzeug angewiesen ist, muss man ja kompensieren, indem man zum Beispiel eine Ersatzsache mietet für die Zeit, in der das Fahrzeug in der Reparatur steht, mietet man sich ein Ersatzfahrzeug. Und damit sind Kosten verbunden. Das heißt also, man hat doch einen gewissen Ansatz für die Bezifferung eines solchen Schadens. Und dementsprechend sagt der BGH auch, der BGH sagt nicht, bei jeder Sache kann Ersatz von Gebrauchsvorteilen verlangt werden, wohl aber bei Sachen, wie der BGH das in ständiger Rechtsprechung formuliert, auf deren ständige Verfügbarkeit der Geschädigte für die eigenwirtschaftliche Lebensführung typischerweise angewiesen ist. Das trifft zum Beispiel zu auf den privat genutzten Pkw, jedenfalls dann, wenn man nur einen Pkw hat, bei zwei Pkw, da kann das schwierig werden. Dazu komme ich aber gleich beim nächsten Punkt. Auch die privat genutzte Wohnung, wenn die zum Beispiel durch einen fremdverschuldeten Brand verwüstet wird, man die Wohnung ein, zwei Monate während der Renovierung nicht bewohnen kann, sich dafür eine Ersatzwohnung mieten muss, dann hätte man natürlich in Gestalt der gezahlten Miete hätte man einen konkret bezifferbaren Schaden. Wenn man davon aber absieht, bei Verwandten zum Beispiel unterkommt, kostenlos, dann kann man gleichwohl nach der Rechtsprechung des BGH unter bestimmten weiteren Voraussetzungen den bloßen Umstand als Schadengeld machen, dass man die Wohnung eben für zwei Monate nicht nutzen konnte. Unabhängig davon, ob man tatsächlich eine Ersatzwohnung in diesem Fall angemietet hat oder nicht. Also wichtig ist, dass nur Gebrauchsvorteile von solchen Sachen überhaupt ersatzfähig sind, auf die man typischerweise für die eigenwirtschaftliche Lebensführung angewiesen ist und das sind üblicherweise solche wichtigen Sachen wie etwa Kraftfahrzeuge, die man privat nutzt oder die Wohnung. Nicht dagegen Luxusgüter, also beispielsweise nicht ein Motorrad, das man eher für Freizeitfahrten nutzt, das wäre dann nicht ersatzfähig. Nur unter der Voraussetzung wäre der entgangene Gebrauchsvorteil eines Motorrads ersatzfähig, dass das das einzige Fahrzeug ist. Wenn man also nicht daneben noch einen Pkw hat, dann könnte auch der entgangene Gebrauchsvorteil bei einem Motorrad ersatzfähig sein und sonstige Luxusgüter, also beispielsweise eine Luxusjacht oder ein Swimmingpool, der nicht genutzt werden kann in Folgebeschädigung, das würde nicht darunter fallen, weil das eben nicht mehr zur üblichen eigenwirtschaftlichen Lebensführung gehört, sondern das geht darüber hinaus, das sind eben Luxusgüter. Darüber hinaus verlangt der, das ist also sozusagen das Einstiegsturm, muss erstmal schauen, ist es eine solche Sache, das trifft üblicherweise nur auf, also im Mittelpunkt stehen Kraftfahrzeuge, das ist der in der Praxis deutlich wichtigste Fall, Wohnungen kann auch gelegentlich vorkommen. Dann die zweite Voraussetzung ist die Fühlbarkeit des Entgehens der Gebrauchsvorteile und diese Fühlbarkeit, sagt der BGH, setzt voraus, dass man in der Zeit, in der man die Sache nicht nutzen konnte, einen Nutzungswillen hatte, man muss also überhaupt gewillt gewesen sein, diese Sache zu nutzen und es muss auch eine Nutzungsmöglichkeit bestehen. Das heißt also, wenn man insbesondere infolge einer schweren Verletzung im Krankenhaus liegt und gar nicht die Möglichkeit hat, das ebenfalls beschädigte Fahrzeug in dieser Zeit zu nutzen, dann könnte man diese Gebrauchsvorteile nicht ersetzt verlangen. Das sind also die zusätzlichen Voraussetzungen, es muss ein Nutzungswille bestehen, das ist aber in aller Regel kein größeres Problem. Die Nutzungsmöglichkeit, das kann problematisch sein, insbesondere dann, wenn bei einem Verkehrsunfall nicht nur das Fahrzeug beschädigt, sondern auch der Fahrzeuginsasse verletzt worden ist im Krankenhaus liegt, das Fahrzeug gar nicht mehr nutzen kann, deswegen dann würde es an der Ersatzfähigkeit fehlen. Hier ist eine Frage, wie ist es mit Gebrauchsvorteilen bei Tieren, die potenziell einen Preis beim Wettbewerb gewinnen können? Das wäre eine erwerbswirtschaftliche Nutzung des Tieres und da könnte dann über 252 der entgangene Gewinn ersetzt verlangt werden. Man müsste allerdings natürlich nachweisen, das sagt ja Paragraf 252 im Satz 2, als entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge, das wird man bei einem solchen, wenn das beispielsweise ein Pferderennen ist oder dergleichen nicht sagen, das weiß man ja nicht, wie das ausgeht, oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, wenn man nachweisen kann, dass dieses Pferd den anderen so weit überlegen war, dass mit größter Wahrscheinlichkeit das Pferd den Preis gewonnen hätte, dann könnte man tatsächlich über 252 den entgangenen Gewinn in Gestalt des entgangenen Preisgeldes ersetzt verlangen. Das wäre also durchaus möglich. Man muss nur den Nachweis führen. Das kann also in diesen Fällen etwas schwierig sein. Wenn also diese Voraussetzungen erfüllt sind, in der Praxis der mit Abstand häufigste Fall die entgangenen Nutzungsvorteile eines beschädigten Pkw, der in der Werkstatt für ein paar Tage bleiben muss, dann stellt sich die Frage, in welcher Höhe kann jetzt Ersatz verlangt werden. Und wie gesagt, es geht hier nicht um die Konstellation, dass tatsächlich ein Ersatzfahrzeug oder eine Ersatzsache gemietet worden ist. Dann hätte man ja konkret bezifferbare Kosten, sondern es geht um die Konstellation, dass man genau das nicht gemacht hat, sondern auf die Nutzung des Fahrzeugs dann eben verzichtet hat und man verlangt für die entgangenen Gebrauchsvorteile dann einen Schadensbetrag. Und in welcher Höhe kann dieser Schadensbetrag verlangt werden, da zieht der BGH üblicherweise primär heran die durchschnittlichen Mietkosten für eine solche Sache, abzüglich allerdings der Gewinnspanne des Vermieters. Das wird also herausgerechnet, sondern nur die, wenn man so will, Netto-Mietkosten ohne Gewinnspanne des Vermieters. Das zieht der BGH als Bemessungsgrundlage für die Höhe des Ersatzes von Gebrauchsvorteilen heran. Und in der Praxis gibt es da eine ganze Reihe von Tabellenwerken. Es gibt beispielsweise die Eurotax-Schwacke-Tabellen. Da gibt es für alle Fahrzeugtypen und für alle Untermodelle und auch für jedes Fahrzeugalter einen bestimmten Geldbetrag, der dort angegeben wird. Das ist natürlich nur eine unverbindliche Orientierung. Man muss das im Einzelfall dann genau feststellen. Diese Rechtsprechung zur Ersatzfähigkeit von Gebrauchsvorteilen, von abstrakten Ersatzfähigkeit, abstrakte Berechnung, denn man hat ja eben keine konkreten Kosten, die man hätte, wenn man eine Ersatzsache gemietet hätte, sondern man berechnet den Schaden in Gestalt der Gebrauchsvorteile abstrakt. Diese abstrakte Berechnung hat der BGH in einer neueren Entscheidung nochmals betont. Die kann man nicht heranziehen bei Gütern, die ausschließlich erwerbswirtschaftlich genutzt werden. Bei erwerbswirtschaftlich genutzten Sachen, da haben wir immer die Möglichkeit, über 252 den entgangenen Gewinn geltend zu machen. Das heißt, den Schaden konkret zu berechnen. Und der BGH sagt, das muss man dann auch bei erwerbswirtschaftlich genutzten Gütern. Da hat man diese konkrete Berechnungsmöglichkeit und da kann man eben nicht wechseln auf diese abstrakte Berechnung mithilfe der entgangenen Gebrauchsvorteile, mithilfe der durchschnittlichen Mietkosten. Im Fall des BGH ging es um ein Baufahrzeug, das für eine Zeit nicht genutzt werden konnte. Und hier wollte dann der Geschädigte, der Eigentümer dieses Baufahrzeugs, eine abstrakte Berechnung nach diesen Regeln des BGH zu diesen privat genutzten Gütern, die man für eine wirtschaftliche Lebensführung üblicherweise braucht, heranziehen. Er wollte abstrakt berechnen. Der BGH hat aber gesagt, nein, das gilt bei ausschließlich erwerbswirtschaftlich genutzten Gütern nicht, weil man hier eben die Möglichkeit der abstrakten Berechnung in Höhe des entgangenen Gewinns hat. Das ist also noch eine wichtige Entscheidung des BGH. Bei erwerbswirtschaftlich genutzten Gütern, bei ausschließlich erwerbswirtschaftlich genutzten, muss man also immer konkret berechnen, den entgangenen Gewinn beziffern 252. So, das also zur Ersatzfähigkeit von Gebrauchsvorteilen gewissermaßen im Grenzbereich zwischen materiellen und immateriellen Schäden. Und dann würden wir an dieser Stelle den Fall 4 abschließen und ich würde weitermachen mit dem Fall 5. Das ist eine Abwandlung zu Fall 4. Im Winter begibt sich der Stadtstreicher Harry Hase H in das Kaufhaus des G, um sich dort aufzuwärmen und tritt in die von L liegen gelassenen Scherben. Kann H von G die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes sowie einen Vorschuss in Höhe der ärztlichen Behandlungskosten von 300 Euro verlangen, die der nicht krankenversicherte H selbst bezahlen muss. Hier also insofern ein Unterschied zum Ausgangsfall, als der H nicht um etwas einzukaufen in den Supermarkt geht, sondern er möchte sich dort aufwärmen und hier ist die Frage, kann er gleichwohl nach vertraglichen Grundsätzen Schadensersatz verlangen? Das wollen wir uns etwas schneller anschauen. Da kommt es letztendlich nur auf eine bestimmte Voraussetzung des 311 Absatz 2 Nummer 2 an. Also zunächst einmal ist wieder an Kulperin Contrahendo zu denken, 281, 311 Absatz 2 Nummer 2, 241, 2. Dafür brauchen wir ein schon im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens bestehendes Schuldverhältnis. Unter Betracht kommt hier wieder ein Vertragsanbahnungsverhältnis, § 311 Absatz 2 Nummer 2. Aber wenn wir da noch einmal hineinschauen in den 311, da stellen wir fest, dass der 311 voraussetzt, Anbahnung eines Vertrages, bei welcher der eine Teil, und jetzt wichtig, im Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung, dem anderen Teil die Möglichkeit zu einwirken auf seine Rechte, Rechtsgüter und Interessen gewährt. Diese Einwirkungsmöglichkeit ist durch das Betreten des Supermarkts gewährt worden. Aber hier eben ist das Problem, dass der Haar, der Stadtstreicher, nicht die Absicht hatte, dort einzukaufen, noch nicht einmal die vage Absicht. Das würde ausreichen. Er konnte sich das noch nicht einmal vage vorstellen, sondern er wollte sich dort aufwärmen. Das heißt also, er ist in den Supermarkt gegangen zu rechtsgeschäftsfremden Zwecken. Und daraus ergibt sich dann kein Vertragsanbahnungsverhältnis. Das ergibt sich letztendlich schon aus diesem Begriff der Anbahnung des Vertrages, wo die Parteien sich gar nicht auf einen Vertrag zubewegen, jedenfalls weil die eine Partei das gar nicht will. Sie will keinen Vertrag schließen. Da haben wir eben auch kein vorvertragliches Schuldverhältnis, kein Vertragsanbahnungsverhältnis. Hier war also das Betreten zu rechtsgeschäftsfremden Zwecken. Und dadurch wird aber eben kein vorvertragliches Schuldverhältnis begründet, sodass wir hier in diesem Fall in dieser Abwandlung nicht zu einem Schadensersatzanspruch nach vertraglichen Grundsätzen kommen. Also aus CEC wird hier nicht gehaftet. Dementsprechend müsste der H behaupten, zumindest behaupten, gegebenenfalls nachweisen, dass er doch etwas kaufen wollte. Das wäre jedenfalls aus seiner Perspektive geschickt. Hier müssen wir aber davon ausgehen, das war nicht der Fall. Dementsprechend kein Anspruch aus CEC. Und bei den deliktischen Ansprüchen, da ergeben sich, das mache ich deswegen auch schnell, ergeben sich keine Abweichungen. Wir können hier durchaus anknüpfen an ein eigenes Organisationsverschulden des G. Und dann würde auch der H, auch wenn er den Supermarkt jetzt nicht zu rechtsgeschäftlichen Zwecken betreten hat, immerhin aus Delikt einen Anspruch haben, 823.1. Wenn wir also sagen, der G hat seinen Supermarkt nicht ordnungsgemäß organisiert, der Arbeitsplan war nicht so gestaltet, dass diese Scherben zeitnah beseitigt werden, dann hätten wir hier ein eigenes Fehlverhalten, das adäquat kausal für diese Körperverletzung war, auch rechtswidrig war und auch schuldhaft war, mit der Folge, dass dann der H die ärztlichen Behandlungskosten ersetzt verlangen könnte. Er könnte hier einen Vorschuss in Höhe der Arztkosten verlangen. Auch das ist durch § 249 Absatz 2 Satz 1 gedeckt. Das heißt, es kann nicht nur ein Betrag ersetzt verlangt werden über den § 249 Absatz 2 Satz 1, der schon gezahlt worden ist, sondern man kann auch einen Vorschuss verlangen. Das ist der sogenannte schadensrechtliche Vorschussanspruch. Und dementsprechend kann hier dieser Betrag von 300 Euro verlangt werden. Aber wir müssen berücksichtigen, bei Körperschäden ist dieser Schadensersatz zweckgebunden. Wir haben ja grundsätzlich die Dispositionsfreiheit des Geschädigten. Er kann mit dem Schadensbetrag grundsätzlich machen, was er will. Er kann ihn also auch zu anderen Zwecken als zur Schadensbeseitigung verwenden. Aber das gilt eben nicht bei Körperschäden. Da ist der Schadensbetrag zweckgebunden. Das heißt also, der H müsste das auch tatsächlich für die ärztliche Behandlung verwenden. Tut er das nicht, dann haben wir eine sogenannte Zweckverfehlung mit der Folge, dass wenn beispielsweise der H das Geld für Alkohol ausgibt oder auch für Essen meinetwegen, dann könnte nach Bereicherungsrecht dieser Betrag zurückgefordert werden. Das hier nochmal zur Erinnerung, Zweckbindung des Schadensbetrages bei Körperschäden. Genau, der Livestream wird aufgezeichnet. Die Frage ist schon beantwortet worden. Und das stelle ich dann auch immer in YouTube als Video zur Verfügung. Sie können das dann also später sich noch einmal in Ruhe anschauen. So, wenn wir also sagen, wir haben ein Organisationsversäumnis des G, dann kämen wir hier zu einem Anspruch aus 823 Absatz 1 in Höhe der ärztlichen Behandlungskosten. Auch als Vorschussanspruch kann das geltend gemacht werden. Das wollte ich in diesem Zusammenhang noch einmal deutlich machen. Schadensrechtlicher Vorschussanspruch. Und bei 831, da ändert sich nichts. Auch da haben wir wohl die Exkulpation des G. Er kann nachweisen, dass er den L ordnungsgemäß ausgewählt und auch ordnungsgemäß überwacht hat, sodass der Anspruch aus 831 hier ausscheidet. So, das also zum Fall 5 zur Haftung aus CIC und zur deliktischen Haftung. Damit würden wir jetzt zunächst einmal die vorvertraglichen Schuldverhältnisse verlassen. Und wir würden uns jetzt beschäftigen mit den vertragsähnlichen Schuldverhältnissen. Das heißt also mit dem Tatbestand des § 311 Absatz 2 Nummer 3. Diese Vorschrift schauen wir uns noch einmal an. Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach 241 Absatz 2 entsteht auch durch ähnliche geschäftliche Kontakte, heißt es hier. Das ist also ein Tatbestand, der ein bisschen vage formuliert ist. Was fällt darunter? Ich hatte in der letzten Stunde schon erwähnt, zum einen fallen hierunter nichtige Vertragsverhältnisse. Das heißt, die Parteien haben eine vertragliche Vereinbarung erzielt, aber der Wirksamkeit des Vertrages wird die Anerkennung verweigert. Zum Beispiel der Vertrag ist wegen Sittenwidrigkeit nichtig 138 Absatz 1 oder wegen eines Vormangels nichtig 125 Satz 1. Ein solcher nichtiger Vertrag kann keine Erfüllungsansprüche begründen, keine Leistungspflichten begründen, wohl aber begründet ein solcher nichtiger Vertrag immerhin einen ähnlichen geschäftlichen Kontakt, ein vertragsähnliches oder rechtsgeschäftsähnliches Schuldverhältnis und begründet damit immerhin Rücksichtnahmepflichten mit der Folge, dass eine Schadenersatzhaftung nach vertraglichen Grundsätzen in Betracht kommt. Mit dieser Konstellation will ich mich hier nicht näher beschäftigen, das sollten Sie sich nur merken. Nichtige Verträge können einen ähnlichen geschäftlichen Kontakt bilden, können also Grundlage sein für eine Haftung aus CEC. Und dann will ich mich hier näher beschäftigen mit den sogenannten Gefälligkeitsverhältnissen. Gefälligkeitsverhältnisse fallen ebenfalls unter den 311 Absatz 2 Nummer 3 und die wollen wir uns jetzt im Folgenden etwas näher anschauen, diese Gefälligkeitsverhältnisse. Neben den vertragsähnlichen Schuldverhältnissen gibt es die eigentlichen vertraglichen Schuldverhältnisse, die sich dadurch auszeichnen, das hatten wir mehrfach besprochen, dass hier mindestens eine Leistungspflicht besteht und daneben auch Rücksichtnahmepflichten bestehen, 311 Absatz 1. Und ja, Begriff Gefälligkeitsverhältnis, was hat man sich unter einem solchen Gefälligkeitsverhältnis vorzustellen? Da ist im Ausgangspunkt zunächst einmal dieser allgemeine Begriff der Gefälligkeit. Was ist mit einer Gefälligkeit gemeint? Eine Gefälligkeit ist ganz allgemein, die Zusage, eine Tätigkeit unentgeltlich, kostenlos also für den Begünstigten zu erbringen und eine solche unentgeltliche Tätigkeit, eine unentgeltliche Leistung kann durchaus auch auf vertragliche Grundlage erbracht werden. Dann haben wir es mit einem Gefälligkeitsvertrag zu tun. Und hier noch einmal die Gegenüberstellung von gegenseitigen Verträgen, entgeltliche Verträge. Hier wird also als Gegenleistung für eine bestimmte Sachleistung, eine bestimmte Tätigkeit, etwa beim Kaufvertrag, die Lieferung einer Sache, beim Mietvertrag, die Überlassung einer Sache, ein Entgelt geschuldet. In der Regel ist das eine Geldzahlung. Beim Kaufvertrag haben wir als Sachleistung die Verpflichtung zur Übergabe und Übereignung der Kaufsache. Und als Entgelt dann als Gegenleistung die Zahlung von Geld, die Zahlung des Kaufpreises. Ähnlich beim Mietvertrag als Sachleistung. Als Sachleistung bezeichnet man immer eine Leistung, die nicht in Geld besteht. Als Sachleistung also die Verpflichtung zur Überlassung der Mietsache. Und auf der anderen Seite als Gegenleistungspflicht die Verpflichtung zur Zahlung von Geld, nämlich zur Zahlung der Miete als Entgelt. Die gegenseitigen Verträge also als entgeltliche Verträge. Und auf der anderen Seite gibt es einseitige Verträge. Da haben wir nur eine einseitige Leistungspflicht, ohne dass damit eine Gegenleistungspflicht der anderen Partei verbunden ist. Die Leistung wird also hier unentgeltlich erbracht und wird aus Gefälligkeit letztendlich verbracht. Er erbracht aber auf vertraglicher Grundlage. Und das bedeutet, wir haben eine echte Leistungspflicht in Bezug auf die zugesagte Tätigkeit. Die kann also dementsprechend auch eingeklagt werden. Und es besteht also ein einklagbarer Erfüllungsanspruch und daneben Rücksichtnahmepflichten. Das ist also die Besonderheit, wenn die Gefälligkeit auf vertraglicher Grundlage erbracht wird. Dann haben wir einen echten Leistungsanspruch, der einklagbar ist. Und daneben Rücksichtnahmepflichten. Beispiele, die Schenkung, da wird ein Gegenstand einseitig, ohne dass ein Kaufpreis oder eine Gegenleistung zu zahlen ist, zugewendet. Beim Leihvertrag, Parallele zum Mietvertrag, wird eine Sache überlassen. Aber hier ohne Miete, das heißt ohne Entgelt. Und beim Auftrag wird eine Dienst- oder Werkleistung erbracht, wiederum ohne Entgelt. Das also die unentgeltlichen Verträge. Oder man spricht eben auch von Gefälligkeitsverträgen. Wichtig aber hier, und deswegen auch unterstrichen, Vertrag. Wir haben eine echte Leistungspflicht in Bezug auf die zugesagte Tätigkeit. Und die kann auf der Grundlage eines damit korrespondierenden Erfüllungsanspruchs dann auch eingeklagt werden. So, dann haben wir noch zwei andere Grundlagen, auf denen eine Gefälligkeit erbracht werden kann. Das ist zum einen die reine Gefälligkeit. Bei der reinen Gefälligkeit haben wir überhaupt keine rechtliche Verbindlichkeit. Dementsprechend weder Leistungspflichten noch Rücksichtnahmepflichten. Hier wird also etwas in der rein gesellschaftlichen, rein sozialen Sphäre, beispielsweise auf freundschaftlicher Basis, zugesagt. Das aber völlig außerhalb des rechtlich Verbindlichen. Es bestehen hier also keinerlei Pflichten, weder Leistungspflichten noch Rücksichtnahmepflichten. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Extremen, Gefälligkeitsvertrag und reine Gefälligkeit, steht das Gefälligkeitsverhältnis, mit dem wir uns jetzt etwas näher beschäftigen wollen. Und dieses Gefälligkeitsverhältnis ist eben ein Anwendungsfall des § 311 Absatz 2 Nummer 3 der ähnlichen geschäftlichen Kontakte. Und hier ist Kennzeichen, wir haben keine Leistungspflicht. Das heißt also, besteht kein einklagbarer Erfüllungsanspruch in Bezug auf die aus Gefälligkeit zugesagte Tätigkeit. Aber es bestehen Rücksichtnahmepflichten. Wir haben es mit einem vertragsähnlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnis zu tun. Mit der Folge, dass wenn eine solche Rücksichtnahmepflicht verletzt wird, es wieder zu einer Haftung aus Kulpa in Contrahendo kommt. 280.1.311 Absatz 2, 241 Absatz 2. Kulpa in Contrahendo in einem weiteren Sinne. Wörtlich heißt Kulpa in Contrahendo ja verschulden bei Vertragsverhandlungen. Hier geht es um vertragsähnliche Verhältnisse. Das ist keine Vertragsverhandlung. Gleichwohl verwendet man auch hier den Begriff Kulpa in Contrahendo. Diese einzelnen Grundlagen für die Erbringung einer Gefälligkeit unterscheiden sich danach, ob überhaupt und wenn ja, mit welchem Inhalt wir einen Rechtsbindungswillen bei den Beteiligten haben. Und das habe ich hier einmal grafisch verdeutlicht. Bei der reinen Gefälligkeit haben wir überhaupt keinen Rechtsbindungswillen. Da ist gewissermaßen der Rechtsbindungswille bei Null. Und bei den Gefälligkeitsverhältnissen, da haben wir immerhin einen eingeschränkten Rechtsbindungswillen, der gerichtet ist zwar nicht auf die Begründung von Leistungspflichten, aber immerhin schon auf die Begründung von Rücksichtnahmepflichten. Ein eingeschränkter Rechtsbindungswille. Hier wird übrigens auch wieder deutlich, dass wir es bei den Tatbeständen des 311 Absatz 2 letztendlich mit rechtsgeschäftlichen Tatbeständen zu tun haben. Wir brauchen hier eben einen entsprechenden Willen und eben einen entsprechenden Rechtsbindungswillen. Jedenfalls mit diesem eingeschränkten Inhalt, dass Rücksichtnahmepflichten begründet werden. Und bei den Gefälligkeitsverträgen, da haben die Parteien dann eben einen umfassenden Rechtsbindungswillen, der dann gerichtet ist auf die Begründung, das muss hier Absatz 1 heißen, da müssten Sie also die zweite Römisch 1 streichen, 241 Absatz 1 muss das heißen, auf die Begründung von Leistungspflichten. Und dann haben wir eben den Gefälligkeitsvertrag. Also das unterscheidet sich nach dem Grad des Rechtsbindungswillens, kein Rechtsbindungswillen, reine Gefälligkeit, umfassender Rechtsbindungswille, Gefälligkeitsvertrag. Also nochmal zusammengefasst, wie kann die Zusage einer unentgeltlichen Tätigkeit rechtlich bewertet werden? Eine Gefälligkeit, das kann ein Gefälligkeitsvertrag sein, das wäre die stärkste rechtliche Verbindlichkeit. Da haben wir eine Leistungspflicht desjenigen, der die Tätigkeit zusagt, damit korrespondierend einen Erfüllungsanspruch und es kann, weil wir eine Leistungspflicht haben, auch dieser umfassende Schadensersatz statt der Leistung verlangt werden. Der gerichtet ist auf das sogenannte Erfüllungsinteresse. Das heißt also, das Interesse wird hier ersetzt, der Schaden wird ersetzt. Das Interesse, das man an der Erbringung der Leistung hatte, das ist das sogenannte Erfüllungsinteresse oder man spricht auch vom positiven Interesse. Das ist ein besonders weitreichender Schadensersatz. Und der steht aber nur offen, wenn wir einen Gefälligkeitsvertrag mit einer entsprechenden Leistungspflicht haben. Dann kann eine solche Zusage einzuordnen sein als ein Gefälligkeitsverhältnis, das keine Leistungspflicht begründet, aber immerhin Rücksichtnahmepflichten. Dann kann immerhin einfacher Schadenersatz verlangt werden, der aber hier üblicherweise gerichtet ist auf das sogenannte Vertrauensinteresse oder den Vertrauensschaden, das negative Interesse. Das heißt also, hier kann nur das Ersatz verlangt werden, was man im Vertrauen auf das Verhalten des Anderen, wir werden das im Beispielsfall gleich noch sehen, was man also im Vertrauen auf das Verhalten des Anderen aufgewendet hat, das sogenannte negative Interesse. Sie kennen diese Unterscheidung zwischen positivem und negativem Interesse, Erfüllungsinteresse und Vertrauensinteresse schon aus dem allgemeinen Teil des BGB. Da haben wir zum einen den Paragrafen 179 bei der Vertretung ohne Vertretungsmacht, wo zwischen Erfüllungsinteresse und Vertrauensinteresse unterschieden wird. Erfüllungsinteresse kann verlangt werden vom Vertreter ohne Vertretungsmacht, wenn dieser bewusst seine Vertretungsmacht überschritten beziehungsweise bewusst ohne Vertretungsmacht gehandelt hat. Wenn er dagegen nur fahrlässig als Vertreter ohne Vertretungsmacht gehandelt hat, dann kann nur der Vertrauensschaden ersetzt verlangt werden. Da haben Sie also diese Unterscheidung schon. Sie sehen, dass eben der Vertrauensschaden in der Regel, es muss nicht immer so sein, aber in der Regel ist er weniger weitreichend. Das Erfüllungsinteresse ist üblicherweise weiterreichend. Oder es kann sich handeln um eine reine Gefälligkeit, die keinerlei Rechtspflichten begründet und dann besteht dementsprechend auch überhaupt kein vertraglicher Schadenersatzanspruch. Vielleicht ein deliktischer, aber eben kein vertraglicher Schadenersatzanspruch. Wie entscheidet man jetzt, was von diesen drei Möglichkeiten einschlägig ist, wenn wir eine solche unentgeltliche Tätigkeitszusage haben? Entscheidend ist, das hatte ich schon gesagt, ob überhaupt und wenn ja, mit welchem Inhalt ein Rechtsbindungswille besteht. Haben wir keinen Rechtsbindungswillen, ist es eine reine Gefälligkeit. Besteht ein eingeschränkter Rechtsbindungswille, gerichtet auf die Begründung von Rücksichtnahmepflichten, dann haben wir immerhin ein Gefälligkeitsverhältnis. Und wenn wir einen umfassenden Rechtsbindungswillen haben, wenn wir feststellen können, die Parteien wollten auch eine echte Leistungspflicht, einen echten Erfüllungsanspruch begründen, dann haben wir einen Gefälligkeitsvertrag. Das ist zu beurteilen aus der Perspektive eines sorgfältigen objektiven Empfängers. Paragrafen 133 und 157 kennen sich schon aus der Vorlesung BGBAT. Dort werden die Vorschriften primär herangezogen bei der Auslegung von empfangsbedürftigen Willenserklärungen, bei der Auslegung von Verträgen. Aber nicht nur für die Frage, welchen Inhalt hat ein zustande gekommener Vertrag, sondern auch für die vorgelagerte Frage, haben die Parteien überhaupt einen Rechtsbindungswillen gehabt zum Abschluss eines Vertrages oder zumindest zur Begründung eines vertragsähnlichen, eines Gefälligkeitsverhältnisses. Auch bei dieser Frage sind schon die 133 und 157 der objektive Empfängerhorizont heranzuziehen. Das heißt, es sind sämtliche Umstände des Einzelfalles aus der Perspektive eines sorgfältigen objektiven Betrachters zu berücksichtigen. Und auf dieser Grundlage ist dann zu entscheiden, lag überhaupt ein Rechtsbindungswille vor und wenn ja, welche Intensität hatte er bei eingeschränkten Rücksichtnahmepflichten oder umfassend Leistungspflicht und Rücksichtnahmepflichten. Im Rahmen dieser Auslegung, im Rahmen dieser Betrachtung sind insbesondere, sind alle Umstände des Einzelfalles heranzuziehen. Insbesondere können dabei berücksichtigt werden die folgenden Aspekte. Danach beurteilt man also, hat man überhaupt und wenn ja, mit welchem Inhalt einen Rechtsbindungswillen in den Fällen der Zusage einer unentgeltlichen Tätigkeit. Dabei kommen als Aspekte in Betracht, das ist keine abschließende Aufzählung, aber diese Aspekte werden insbesondere berücksichtigt, die wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung der Angelegenheit, wenn eine Angelegenheit von großer wirtschaftlicher oder rechtlicher Tragweite ist, spricht das eher dafür, dass wir einen Rechtsbindungswillen und einen Rechtsbindungswillen auch mit Leistungspflichten haben. Das wirtschaftliche Interesse des Begünstigten an der Einhaltung der Zusage, das hängt ein Stück weit mit diesem ersten Aspekt der wirtschaftlichen rechtlichen Bedeutung zusammen. Dann ist auch zu berücksichtigen, welche Gefahr besteht für den Begünstigten durch eine fehlerhafte Erfüllung der Zusage. Wenn dadurch für den Begünstigten erhebliche Gefahren entstehen, dann ist er im Zweifel daran interessiert, dass er einen vertraglichen Schadenersatzanspruch hat. Das spricht also für einen Rechtsbindungswillen, zumindest einen eingeschränkten Rechtsbindungswillen. Aber auf der anderen Seite ist auch zu berücksichtigen, welches Haftungsrisiko geht der Zusagende ein. Wenn wir unterstellen, dass wir eine vertragliche Haftung haben, dann ist die für den Zusagenden ja sehr ungünstig. Diese vertragliche Schadenersatzhaftung hat für den geschädigten Vorteile, für den schädiger Nachteile. Wir hatten das im Einzelnen besprochen. Auch das muss man berücksichtigen. Und das immer im Hinterkopf behaltend, dass ja der Zusagende das Ganze unentgeltlich macht, er bekommt dafür keine Vergütung, macht es aus Gefälligkeit. Und deswegen muss man auch immer berücksichtigen, ist er wirklich bereit, ein Haftungsrisiko einzugehen, vertragliche Schadenersatzhaftung, obwohl er keine Gegenleistung für seine Tätigkeit bekommt. Diese Aspekte sind zu berücksichtigen bei der Betrachtung einer solchen unentgeltlichen Tätigkeitszusage. Und das wollen wir uns jetzt einmal dann konkret anschauen anhand des nächsten Falles. Fall 6. Die Kieler Soziologiestudentin Susi Sause fragt ihre Kommilitonin Katja Kiebig K., ob diese Lust habe, am kommenden Samstag mit ihr einen gemeinsamen Lauf am Förderufer zu machen, um den lästigen Winterspeck loszuwerden. K. stimmt dem Vorschlag zu und verabredet mit S., dass sich beide am Samstag um 10 Uhr auf einem in der Nähe des Förderufers gelegenen Parkplatz treffen. S. fährt am Samstag mit ihrem Auto von ihrer Wohnung aus zu dem Parkplatz und ist pünktlich um 10 Uhr dort. K. erscheint jedoch nicht und ist auch nicht über ihr Handy erreichbar. Da S. keine Lust hat, allein zu laufen, fährt sie nach einer halben Stunde wieder nach Hause. Als S. am darauffolgenden Montag die K. zur Rede stellt, räumt diese ein, sie sei am Samstag nach einer durchgefeierten Partynacht nicht aus dem Bett gekommen. S. ist darüber erbost und angesichts der hohen Benzinpreise müsse sie darauf bestehen, dass K. e. die nutzlos aufgewendeten Fahrtkosten von 5 Euro erstatte. Steht der S. der geltend gemachte Anspruch gegen K. zu. Hier wird also Ersatz dieser 5 Euro Fahrtkosten für die geplatzte Verabredung zum gemeinsamen Laufen verlangt und wir fangen wieder mit einem Anspruch aus Vertrag aus 280 Absatz 1 an. und hier könnte man denken an einen Schadenersatzanspruch, Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung. Wir hatten schon über diese besondere Form des Schadenersatzes gesprochen. Der ist gerichtet auf das Erfüllungsinteresse, kommt allerdings nur in Betracht, wenn wir ein Schuldverhältnis mit einer Leistungspflicht haben. Das heißt, dann müssten wir hier einen Gefälligkeitsvertrag haben. Das würde man wohl hier, diese Verabredung zum gemeinsamen Laufen, würde man wohl hier als eine Art Auftrag dann einordnen müssen. Aber die Frage, die man sich hier vorher stellen muss, passt diese Anspruchsgrundlage überhaupt von der Rechtsfolge her? Die Rechtsfolge ist ja Schadensersatz und das prüft man normalerweise erst am Ende. Hier ziehe ich das aber vor, weil wir gleich sehen werden, das passt von der Rechtsfolge her schon nicht. Hier wird ja geltend gemacht, dieser Betrag von 5 Euro an nutzlos aufgewendeten Fahrtkosten. Wenn wir aber hier einmal mit der Differenzhypothese uns die Vermögenslage, die tatsächlich jetzt eingetreten ist, mit der hypothetischen anschauen, wenn wir das vergleichen, dann müssen wir feststellen, jetzt tatsächlich sind Fahrtkosten von 5 Euro aufgewendet worden. Es ist nicht zum gemeinsamen Laufen gekommen. Wenn es zum gemeinsamen Laufen gekommen wäre, wären aber auch diese 5 Euro Fahrtkosten aufgewendet worden. Das heißt, wir können hier gar keinen Schaden feststellen mit der Differenzhypothese und dementsprechend passt diese Anspruchsgrundlage schon von der Rechtsfolge her nicht. Das heißt, wir müssen eine andere Anspruchsgrundlage suchen und hier kommt in Betracht § 284 BGB. Das will ich jetzt nicht im Detail machen, das werden wir später im Leistungsstörungsrecht uns noch einmal genauer anschauen. Hier also nur ein ganz kurzer Überblick. § 284 BGB ist ein Anspruch auf Aufwendungsersatz. Wir schauen kurz in den § 284 hinein. Der sagt, anstelle des Schadenersatzes statt der Leistung kann der Gläubiger Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte. Ein Anspruch auf Aufwendungsersatz. Und Aufwendungen entscheiden sich vom Schaden dadurch, dass der Schaden ein unfreiwilliges Vermögensopfer ist. Aufwendungen sind freiwillige Vermögensopfer. Und genau darum könnte es hier gehen. Hier ist freiwillig dieser Betrag, diese Fahrtkosten von 5 Euro aufgewendet worden und deren Ersatz verlangt die S nun, weil sie sagt, das war ja nutzlos. Sie hat eben dieses gemeinsame Laufen dann nicht durchführen können. In der Tat wäre also § 284 eine denkbare Anspruchsgrundlage. Allerdings sagt § 284 anstelle des Schadenersatzes statt der Leistung. Das bedeutet, es müssen sämtliche Voraussetzungen für den Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung vorliegen. Insbesondere die Voraussetzungen des § 284 Absatz 1. Die muss man hier dann inzident, also innerhalb dieser Anspruchsprüfung, dann prüfen. § 284 Absatz 1 verlangt insbesondere ein Schuldverhältnis und weil wir es ja hier mit einem Anspruch zu tun haben, der anstelle des Schadenersatzes statt der Leistung tritt, muss es sich um ein Schuldverhältnis mit einer Leistungspflicht handeln. Denn nur bei einem Schuldverhältnis mit einer Leistungspflicht kann es auch Schadenersatz statt der Leistung geben. Das heißt, hier würde man jetzt inzident die Voraussetzungen für Schadenersatz statt der Leistung prüfen. Wir müssten uns die Frage stellen, bestand hier ein Schuldverhältnis mit einer Leistungspflicht? Das wäre dann wohl ein Auftrag als Gefälligkeitsvertrag. Und da müssten wir uns Gedanken machen, kann ein solcher Rechtsbindungswille der Parteien hier aus Sicht eines sorgfältigen, objektiven Betrachters angenommen werden? Und wenn wir die gesamten Umstände uns hier einmal anschauen, das war eine freundschaftliche Verabredung im gesellschaftlichen Bereich. Geringe wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung, auch geringes wirtschaftliches Interesse. Das war Freizeitgestaltung, hat also keine wirtschaftliche Komponente. Die Gefahr einer fehlhaften Erfüllung der Zusage war gering. Fahrtkosten von 5 Euro, das ist also ein sehr geringes Risiko und auch das Haftungsrisiko sehr gering. Und die gesamten Umstände, freundschaftliche Verabredung, das spricht alles sehr entscheidend gegen einen Rechtsbindungswillen, jedenfalls gerichtet auf die Begründung einer Leistungspflicht. Das hätte zur Folge, dass hier ein einklagbarer Erfüllungsanspruch, der es gegen ihre Freundin auf das Erscheinen zum gemeinsamen Laufen bestünde und das war ersichtlich nicht gewollt. Das heißt, wir können hier jedenfalls keinen umfassenden Rechtsbindungswillen zur Begründung einer Leistungspflicht feststellen. Das auf keinen Fall. Das heißt, wir haben keinen Gefährlichkeitsvertrag und dementsprechend scheidet auch dieser Anspruch aus Paragraf 284 aus. Jetzt können wir uns aber noch anschauen, besteht möglicherweise, zumindest wenn wir kein vertragliches Schuldverhältnis haben, besteht vielleicht immerhin ein Gefährlichkeitsverhältnis mit Rücksichtnahmepflichten als Rechtsverhältnis im Sinne des 311 Absatz 2 und daran anknüpfend möglicherweise ein Anspruch auf Schadensersatz aus Kulpa in Contra Hendo gerichtet auf das Vertrauensinteresse. Und das würde hier passen. Wir haben gesehen, diese 5 Euro, die können nicht unter das Erfüllungsinteresse gefasst werden, denn wenn die Freundin die Cards zum Laufen erschienen wäre, wären die 5 Euro auch aufgewendet worden. Aber möglicherweise können wir das als sogenannten Vertrauensschaden verstehen, wenn wir also nicht abstellen auf das Erscheinen zum Laufen, sondern abstellen auf die rechtzeitige Absage. Das wäre eine denkbare Rücksichtnahmepflicht. Wenn wir also sagen, wir haben hier zumindest die Rücksichtnahmepflicht der Cards, dass sie rechtzeitig absagt, wenn sie nicht erscheint und auf diese Weise dann der S die Fahrt erspart und damit auch die Fahrtkosten erspart, dann hätten wir tatsächlich einen Schaden. Denn hätte die K ordnungsgemäß darauf hingewiesen, ich komme nicht, ich bin verkatert, kann nicht kommen, dann hätte die S die Fahrt nicht angetreten und dann hätte sie die 5 Euro nicht aufgewendet. Das heißt, hier kommen wir tatsächlich mit der Differenzmethode zu einem Schaden. Das heißt, es ist ein Vertrauensschaden, das negative Interesse. Es kommt also immer darauf an, auf welches Fehlverhalten man abstellt. Wenn man hier auf den unterlassenen Hinweis abstellt, dass man nicht kommen kann, dann würden wir tatsächlich nach der Differenzmethode zu einem Schaden kommen. Auch hier aber natürlich die vorgelagerte Frage, sind denn überhaupt die Voraussetzungen für diesen Anspruch aus CIC erfüllt? Und das setzt auch hier wieder voraus, das Bestehen eines Schuldverhältnisses, zumindest mit Rücksichtnahmepflichten. Und hier wäre zu denken an ein Gefälligkeitsverhältnis. Und das wäre dann eben ein ähnlicher geschäftlicher Kontakt im Sinne des 311 Absatz 2 Nummer 3. Und auch hier müssen wir wieder aus der Perspektive eines sorgfältigen objektiven Betrachters uns die Frage stellen, können wir zumindest einen solchen eingeschränkten Rechtsbindungswillen hier feststellen? Wir haben schon gesehen, es gibt keinen umfassenden Rechtsbindungswillen gerichtet auf die Begründung einer Leistungspflicht, vielleicht aber doch auf die Begründung einer Rücksichtnahmepflicht. Und auch hier wieder alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Und wenn wir die Kriterien, die wir uns vorhin angeschaut haben, berücksichtigen und vor allen Dingen berücksichtigen, dass das hier eine freundschaftliche Verabredung war, bei der typischerweise eben keine rechtliche Verbindlichkeit gewollt ist, dann kommen wir hier aus der Perspektive eines sorgfältigen objektiven Betrachters zu dem Ergebnis, nein, auch kein eingeschränkter Rechtsbindungswille war gegeben, denn die beiden wollten sich hier wechselseitig ersichtlich nicht binden, noch nicht einmal im Sinne von Rücksichtnahmepflichten. Solche Verabredungen unter Freunden, das sind Vorgänge im reingesellschaftlichen, im reinen sozialen Verkehr, da ist typischerweise keine rechtliche Verbindlichkeit gewollt. Und dementsprechend kann man auch hier, weil das unter Freunden stattfand und keine wirtschaftliche Komponente hatte, kann man davon ausgehen, dass hier keine rechtliche Verbindlichkeit gewollt war, noch nicht einmal mit Rücksichtnahmepflichten. Es bestand möglicherweise die moralische Verpflichtung, in Anführungszeichen, rechtzeitig abzusagen, aber eben keine Rechtspflicht, man wollte ja keine Schadensersatzhaftung begründen und dementsprechend scheitert auch die Haftung aus Kulperin-Kontrahendo, sodass die S-Ergebnis leer ausgeht. Und das trifft eben ganz allgemein für solche Vorgänge im reingesellschaftlichen Verkehr zu. Also Verabredung etwa zum gemeinsamen Laufen, zum Kinobesuch, zum Besuch einer Kneipe. Das sind Vorgänge, bei denen typischerweise keine rechtliche Verbindlichkeit gewollt ist. Im Einzelfall kann das einmal anders sein. Verabredung zum Abendessen, auch das ist üblicherweise unverbindlich, nicht unbedingt gegenüber dem Restaurant. Da kann es durchaus dann eine Haftung geben, wenn man einfach nicht erscheint. Aber im Verhältnis zu dem anderen, mit dem man sich zum Abendessen verabredet hat, zum privaten Abendessen verabredet hat, da besteht dann üblicherweise auch keine rechtliche Verbindlichkeit. Es kann ausnahmsweise anders sein, wenn man beispielsweise als Restauranttester unterwegs ist und sich dann dementsprechend zu wirtschaftlichen Zwecken zum Abendessen verabredet, dann kann das schon einmal tatsächlich rechtlich verbindlich sein. Aber üblicherweise sind solche Verabredungen im reinen gesellschaftlichen Verkehr unter Freunden, unter Bekannten rechtlich unverbindlich und dementsprechend kein Schuldverhältnis. Dafür können wir auch hier ausgehen. Dementsprechend hat hier noch nicht einmal eine Rücksichtnahmepflicht bestanden. Wir haben es mit einer reinen Gefälligkeit zu tun und dementsprechend besteht auch kein Anspruchskulpa in Kontrahendung. Das also zur reinen Gefälligkeit, das also rechtlich völlig unverbindlich. Man könnte hier jetzt allenfalls an die deliktische Vorschrift des 8.26 denken. Wir haben hier keine Rechts- oder Rechtsgutsverletzung. 8.23.1 scheidet also aus. Wir brauchen dafür eine Rechts- oder Rechtsgutsverletzung, hier nicht ersichtlich. Aber allenfalls könnte hier an 8.26 zu denken sein. Das würde eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung voraussetzen, die wir hier aber wohl nicht feststellen können. Das war Nachlässigkeit der K, aber kein Vorsatz, dass sie nicht erschienen ist. Dementsprechend also im Ergebnis auch keine deliktische Haftung. So, noch einmal dieser Überblick. Bei Gefälligkeiten kann es sich also handeln um eine reine Gefälligkeit. Da haben wir überhaupt keinen Rechtsbindungswillen, kein Schuldverhältnis, keine Haftung dementsprechend, keine Schadensatzhaftung, jedenfalls nicht aus Vertrag. Ein Gefälligkeitsverhältnis, da haben wir einen eingeschränkten Rechtsbindungswillen, gerichtet auf die Begründung immerhin einer Rücksichtnahmepflicht. Wir haben dann ein geschäftsähnliches Verhältnis im Sinne des 311 Absatz 2 Nummer 3 und schließlich bei einem umfassenden Rechtsbindungswillen, gerichtet auf die Begründung einer Leistungspflicht und von Rücksichtnahmepflichten. Da haben wir einen Gefälligkeitsvertrag und dementsprechend nicht nur Rücksichtnahme, sondern auch Leistungspflichten mit einklagbarem Erfüllungsanspruch. So, zu der Gefälligkeit haben wir noch den Fall 7. Das lohnt sich aber jetzt nicht mehr, damit anzufangen. Das ist ein etwas längerer Fall. Deswegen würde ich sagen, dass wir das für heute hierbei belassen. Wir werden dann in der nächsten Woche mit dem Fall 7, der ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplizierter ist, fortfahren, mit dem ich dementsprechend heute nicht mehr anfange. Ich wünsche Ihnen also bis nächste Woche alles Gute weiterhin. Wir sehen uns dann am kommenden Dienstag zur gleichen Zeit um 8 Uhr wieder. Und nochmal der Hinweis, Sie finden in OLAT und auch in der Playlist meines YouTube-Kanals finden Sie zum einen dieses Video der studentischen Gruppe Conrad und Sie finden dann noch die Ankündigung des Elsa Moodcourt. Schauen Sie sich das einmal an, wenn das für Sie interessant ist. Ja, damit soll es für heute sein Bewenden haben. Wie gesagt, Ihnen alles Gute. Bis nächste Woche. Und Ihnen noch einen schönen Tag. Und Ihnen noch einen schönen Tag.